Weil Cascraft und ich so viel in Crafted Tech 10 buckeln, hat uns Kedos neue Einlagen versprochen, um unseren Rücken zu schonen. Schön, dass Sie gehört haben von meinem Schuhservice. Herr Bergmann, ich würde das kurz abmessen, ja? Können wir mal kurz mal ran hier? Ja, ich bitte. Ich muss auch ganz, ganz tief einmal da... Wir waschen uns in Mud City nicht so regelmäßig. Riecht man das gleich auf? Okay, so, hier, schön. Wir haben mal von unten an die Fußzone. Das ist ein Spreizfuß. Herr Bergmann, das ist ein ganz klarer Spreizfuß. Also Spreizfuß 18 und bei dem Herrn da links neben dran, das würde ich eigentlich nicht mal als Schüße bezeichnen, ehrlich gesagt. Das sind keine echten Krallen. Ich schneide nur meine Nägel nicht regelmäßig.